Okay, auf geht's. Los! Los, Mensch! Ich geb euch Deckung! Hey, hier! Okay, wir müssen hier raus! Los! Elena, mal rammeln die Tür! Ich hab's! Komm schon! Nee, das schaffen wir nicht! Weiter! Mit mir, du Bastard! Die Luft ist rein! Achtung! Ich höre dich! Oh! 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 Du hast die Luft! Du packst das! Besorge, Chase! Du packst das! Nicht aufgeben! Oh. Mist! Mach das Tor auf! Vorsicht! Elida! Joey, los raus da! Hey, geh drüben! Los! Das gibt's doch nicht! Los, los! Los, die Tempel auf! Tempel! Könnt ihr fast meinen, wir wären Freunde, was? Keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht! Nein, auf keinen Fall! Wir haben keine Wahl. Komm, Jeff! Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht! Ja, niemand hält dich auf. Chloe! Ich hab nur versucht, dich zu retten, du Idiot! Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter! Auf der Stelle! Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. So, das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt, sag dir mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay? Ich weiß, wo der Stein ist. Aber du findest ihn nicht ohne mich. Also, lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blufft. Du such ihn. Na komm. Das ist super, Mann. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du, kommst mit mir. Du. Kümmer dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Bist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hm? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Schnapp sie! Hey, verdammt! Los, los! Mist, geil! Kommst nicht weit! Ist klar? Ja. Los, weiter! Verdammt, Mann, ey! Mist! Vorsicht! Mann, weiter! Mist! Hier lang! Okay! Hey! Los, geh hoch! Hey! Lennon, komm, du bist springt! Ich hab dich! Ja, los! Hier rein! Runter! Alles klar? Ja, mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Mist. Ich glaub, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich mein, naja, das ist alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also, was machen wir jetzt? Ich gehe hier nach. Das war ja klar. Typisch. Hier nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein. Hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazariewicz merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe keinen blassen Schimmers. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh, nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate. Hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Basta, Basta, Basta. Wir müssen uns nicht mehr.